16.55 Uhr Böse Falle, böse Falle Das ist nämlich wieder Stoßzeit Naja Feierabendverkehr ist angesagt Letztes Mal habe ich auch gedacht, fährst du schön hier lang Ab auf die Autobahn und ruckzuck bist du Zuhause Ja, bin ich hier auf die Autobahn gefahren und stand gleich im Stau Toll Und über der Über der Brücke, der Lesenbrücke Ein LKW auf den anderen aufgefahren, der eine umgekippt Der andere vorne voll zertrümmert Von drei Spuren wurde alles links auf die eine Spur über Umgeleitet Ja und dementsprechend Musste man sich da dann durchschlängeln Habe ich dann natürlich rechts vorbei gemacht, obwohl Standen rechts auch Polizisten Ich durfte mich nicht erwischen lassen, dass ich mich da vorbeischlänge Darfst du heute nicht mehr Wenn du durch die Rettungsgasse fährst Dann kriegst du den Punkt Und ich weiß nicht, 150 Euro Strafe oder so Wenn du aber über die Standspur Dich schummelt Gibt es keinen Punkt Und nur 50 Euro Strafe Ja und dann habe ich mich natürlich über die Standspur geschlichen Ab und zu wieder eingereiht Eingereiht Und dann habe ich es nach 5 Minuten oder 10 Minuten Habe ich es dann auch geschafft gehabt Naja und da musste ich so viel kuppeln Dass mir da dann erst aufgefallen ist Dass meine Kupplung im Verhältnis zu meiner vorigen Maschine Also ziemlich schwer geht Also sie geht nicht wirklich schwer Aber im Gegensatz zu der 500er die ich vorher hatte Geht das doch schon etwas schwerer Tja und hier sind sie auch schon wieder am Bauen An der Brücke Das heißt in der An der Mittelleitplanke Haben sie alles neu gemacht Ja und wo war der Unfall? Direkt nach der Brücke auf der rechten Seite Hier hat ein Lkw zertrümmert gestanden Hier gibt es auch noch die Spuren Da sieht man noch die Spuren wo sie ineinander geknallt sind Also immer schön vorsichtig Tja hier in den alten Häfen Hat mein alter Herr Und nicht mein Vater Aber mein Opa Hat er damals gearbeitet Als Kranführer Ja so gesehen Verbindet mich hier viel mit Bremen und dem Hafen Tja Motorräder Endlich wieder welche unterwegs Geil Tja Tja Der alte Übungsraum Tja Musik mache ich nun gar nicht mehr In meinem Leben geht es nur noch um Biken, Biken, Biken Motorrad, Motorrad, Motorrad Früher drehte sich bei mir alles um Musik Musik machen, dreimal die Woche Proben mindestens Neue Lieder schreiben, Auftritte klar machen Wohl Auftritte hatte ich so viele gar nicht Schöne Lieder haben wir gemacht Schöne Lieder haben wir gemacht Wenn man dann Den Lenker loslässt Absoluter gerade Auslauf Geil Guckt euch das an Absoluter gerade Auslauf Das war noch nicht mal so schön bei meiner 500er Die zogen immer nach einer Seite so ein bisschen Ich glaube das lag aber an dem Auspuff Wenn du auf einer Seite irgendwie 2-3 Kilo mehr hast Aber hier habe ich ja den Underfloor Auspuff Da zieht nichts nach rechts oder nach links Da zieht nach unten So Haben wir eine 100 Kilometer Runde hinter uns Können wir uns auch auf dem Weg nach Hause machen Wenn man da mal so richtig durch zieht Wahnsinn Das Gefühl der Beschleunigung Ist absolut geil Und dann noch dieser Sound dazu Unbezahlbar Unbezahlbar Na was wird das jetzt Der muss seinen Lkw freischaufeln Der muss seinen Lkw freischaufeln Überwinkel Jetzt ein bisschen Gas geben Dann sieht sie mich Und zieht nicht rüber So vermeidet man Dass man übersehen wird Als Motorradfahrer Nein, nicht ganz einfach Oh Mann, 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 Mann Da hätte es ineinander locker rüber gepasst Und ich auch Manche übertreiben es aber auch Manche übertreiben es aber auch echt Wie wäre es mal mit blinken? Wie wäre es mal mit blinken?